Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Runde Minecraft 1.2.1 zu spielen heute. Das geht, weil ich Angelhitten üben möchte. Bogen Power 5, Instant Damage 2, einen Pfeil und ein Kit mit einer Dia Chest Plate wollte ich heute machen. So. So, Dölle. Stell ich mein eigenes Kit ein. So, und warum ist diese Hose jetzt da? Dass ich hasse diesen Bug. So, weg mit der Hose. Fallschaden ist an, genau. Das darf ich nicht vergessen. Ich kann Angelhitten eigentlich gar nicht, aber... Ich will mein Pfeil jetzt nicht so verschwenden. Das war sehr dumm. Das hat einigermaßen gut getroffen. Verdammt, jetzt muss ich in Nahkampf. Lol, wie das geleckt hat. Nein, ich will Angelhitten, ich will Angelhitten. Oh, scheiße. Ich kann einfach kein Angelhitten. Aber immerhin probiere ich's, Leute. Immerhin übe ich. Ich übe. So. Ach, verdammt. Wie dieser Angelschlag einfach nichts gebracht hat. Wo ist der? Ach, verdammt. Der hat mich. Der hat mich. Oh, lol. Ich hab ihn sogar noch getötet. Aber weil ich ihn erst mal gar nicht gesehen hatte, weil er cool um mich rumgelaufen ist. So. Jetzt mach ich hier so, dass ich keinen Fallschaden bekomme. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich bin so dumm. Und tot. So, Döller. Oh. Slash. Join. Join. Multi. Dissimo. Okay. Ich trete dem Turnier bei. Dann machen wir spontan ein Turnier in dieser Folge. Gucken wir uns mal die Turnierinfos an. Länge der Quali-Phase zwei Runden. Das heißt, okay. Und besser auf three. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Find ich nice. Man sollte aber bald mal anfangen. Ah, statt bei 25. Das finde ich gut. Bei 25 ist ein bisschen blöd, weil bei 25 kriegt wieder einer keinen Gegner. Mit Stärke-Trank. Okay. 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 Hallo. Ein bisschen sehr stark, der Stärke-Trank. Ne, egal. Ich tenharte dich. Ja, tenharte, get wrecked, easy. Nein. Spaß. Erste Quali-Phase habe ich gewonnen. Ich sollte die zweite auch gewinnen, damit ich auf jeden Fall weiter bin. Ach, es sind noch zwei Kämpfe. Die sind immer 1 zu 0. Na, egal. Ich gucke mir die an. Okay, der hat gewonnen. Pixel Lion. Jetzt haben wir noch einen Kampf zwischen Pixel Lion. Also wieder zwischen Pixel Lion und Com-Kate. Okay. Hat gewonnen. Com-Kate hat gewonnen. So. Die sind einfach immer wieder reinlaufen. Ah, verdammt. GG. Ich mag das Kit eigentlich. Oh Mann, das wäre so schön gewesen, wenn die reingelaufen wäre. Schade, hat er mich doch mal ein paar Mal getroffen. So. Zweite Runde auch gewonnen. Habe ich das Best of 3 2 zu 0 gewonnen. Oh Mann, da wollte ich gerade spectaten. So, hier zwischen Gablonzer und Herr Diego. Beide haben sich den Stärketrank eingeworfen. Es wird spannend. Herr Diego läuft in die Lava. Gablonzer gibt ihm die Hitze und wird wahrscheinlich gewinnen. Und er hat gewonnen. So. Jetzt kann ich mich selbst gegen Com-Kate. Com-Kate. Com-Kum. Was weiß ich. Oh, verdammt. Chat geöffnet. Das darf mir im Kampf nicht passieren. Oh, verdammt. Gut, dass es ein Best of 3 ist. Ich habe mir erstens den Stärketrank nicht eingeworfen gehabt. Zweitens. Ich mache es auch mal so. Und dann geht der viel länger. Dann geht der 2.15 Uhr. Nein, lol. Da konnte ich überhaupt nichts für. Er hat sich einfach da vorne hingelegt. Ich dachte, er steht noch da oben. Boah, wie unfair. Das war überhaupt nicht unfair. Er kann ja nichts dafür. Aber trotzdem. Boah, wie scheiße. Egal, ich mache gleich einfach weiter. Mit normalen Kämpfchen. Mit normalen Kämpfchen mit meinem Kit. Jetzt lasse ich mal ein zufälliges Kit. Genau, spiele einfach mal. Oh, nö. Muss ich jetzt das Schraubmisschwert suchen, oder was? Da. So. Dann laufen wir. Mal hier vorne hin. Und... Oh Gott, es hat sogar noch Verbrennung drauf. Lol. Okay, wo sind wir bei 7 Minuten? Okay. Habe ich noch ein bisschen Zeit. Protection 4. Gott, was ist das für ein Kit? So. Ne. Bogenkünste. Bogen-Skills. Hallo, Bogen-Skills. Ah, ja, da. Da sind sie. Sie gefunden. Verdammt. Ach, verdammt. Man kann es ja nicht anzünden. Stimmt ja. Spammen wir einfach mal beide unsere Bögen. Ich mag Bogen-Spammen. Ich glaube, das macht einfach sau wenig Schaden. Hallo, tschüss. Ich glaube, ich habe dem ordentlich Schaden gemacht. Ja, GG. Und 9 Minuten. Ich mache jetzt noch einen Kampf. Ich muss die heutige Folge leider früher beenden. Weil ich nicht so viel Zeit habe. Das tut mir sehr leid. Oh Mann, jetzt wollte ich so cool sein und Dings Angel hitten. Und dann zündet mich der Typ an. Und ich verliere wahrscheinlich den Kampf. Oh, ich habe sogar noch gewonnen. Lol. Okay, einen Kampf war ich noch. Mit einem mega Scheiß-Kid. Einfach immer an ihm vorbeilaufen und ihn schlagen. Dann kann er dich selbst schlecht treffen. Gewonnen, ja. Aber leider nicht mit vielen Herzen. So. Jetzt zeige ich euch nochmal meine Stats. Diese Folge. Ich habe sie verbessert und verschlechtert. 22,4% eigentlich immer noch. Und Herzmarine immer noch 5,9%. Okay, es hat sich nichts geändert. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst noch mal oben da. Und abonniert, damit ihr nicht sehr verpasst. Tschüss.